Zur Matura September 21, BAFEP-Basut-Berufsreifeprüfung, Aufgabe 1a1, Sperrwurf. Der Wurfbereich beim Sperrwurf hat die Form eines Kreissektors, schön, siehe nachstehende nicht maßstabbetreue Abgeneinheit von oben, also abmessen wird nichts bringen. Was sehen wir hier? Naja, einerseits die Strecke ML, das ist wohl der tatsächliche Wurf, also soweit wurde der Sperr geworfen. Wir sehen die Strecke MP, ja, ob man das jetzt unbedingt braucht beim Abmessen eines solchen Wurfes, weiß ich nicht. Ich werde mir dieses Dreieck MPL hier mal herauszeichnen, weil dann sehe ich vielleicht besser, was hier passieren soll. So, ich mache es vielleicht auch etwas größer. Naja, so meinetwegen und schließlich so. Weil eigentlich ist das schon alles, was wir hier für diese erste Aufgabenstellung benötigen. Hier haben wir das W. Achtung, hier ist natürlich, weil der gesamte Winkel, der gesamte Öffnungswinkel hier Alpha ist, hier ist natürlich Alpha halbe zu sehen. Den male ich mir auch hinein hier, Alpha halbe. Und dann habe ich hier den Punkt M, den Punkt P, hier den rechten Winkel und hier oben noch den Punkt L. Und jetzt steht hier, Z ist die Differenz aus der tatsächlichen Wurfweite, W gleich ML, das ist also diese Linie hier hinauf, und der Streckenlänge MP, das ist diese Linie hier herunten. Ich beschrifte die mal mit X, dann brauche ich nicht so viel herumtun, schreibe mal X ist gleich MP, das werden wir später womöglich wieder ändern müssen. Aber, hier steht ja die Differenz der tatsächlichen Wurfweite, ML, und der Streckenlänge MP. Also wir werden sozusagen die Strecken ML und MP sozusagen voneinander subtrahieren müssen. ML kennen wir schon, das ist unser W wie angegeben, das dürfen wir auch verwenden. Aber, diese Streckenlänge X dürfen wir natürlich nicht verwenden. Also das wäre ja schön, wenn man hier einfach W minus X schreiben könnte. Das selbstverständlich nicht. Das heißt, wir müssen versuchen, das X, also die Strecke MB, mit Hilfe der vorhandenen, beziehungsweise der benutzbaren Größen W und Alpha auszudrücken. Schauen wir mal, welchen Zusammenhang wir hier finden können. Wir haben ja einen Winkel. Dazu haben wir mit X die Ankathete und W ganz offensichtlich in diesem rechtwinkeligen Dreieck die Hypotenuse. Winkel, Ankathete und Hypotenuse werden sich aber zum Kosinus vereinigen. Das heißt, ich notiere, Kosinus von Alpha halbe ist gleich die Ankathete X. Das werde ich später wieder durch MP ersetzen natürlich. Gebrochen durch die Hypotenuse W. Naja, und hier brauche ich jetzt einfach das X, also die Strecke MP. Das könnte ich jetzt händisch ausrechnen oder mit Hilfe des TI Inspire beispielsweise nach X umformen lassen. Ich mache es mal hier händisch. Sie können natürlich gern Ihre Rechenmaschine verwenden, zum Beispiel eben solve die ganze Geschichte nach X. So würde dann hier stehen, W mal Kosinus Alpha halbe ist gleich X, also die Strecke MP. Oh, und wir sehen, die Strecke MP ist jetzt mit Hilfe der verwendbaren Größen W und Alpha, W und Alpha einfach ausgedrückt. Das heißt, wir können sagen, Z ist gleich W minus, das Minus ist etwas grässlich geworden, naja, noch immer nicht wesentlich schöner als es ist, aber das Minus wohl zu erkennen. Und hier könnte man dann einfach sagen, W mal, na da brauche ich noch keine Klammer, Kosinus Alpha halbe. Das W ist klar und das ist ja unsere Strecke MP. Hier übrigens die Strecke ML, sozusagen. Nein, kein Vektor, nur Strecke. Die Differenz steht hier aus ML und MP. ML minus MP ist nun aber bereits die Differenz dieser beiden Größen. Und das war es auch schon für diese Betrachtung.